Kapitel 33 Jetzt gab es nur noch einen Ort, an den wir gehen konnten. Aber dorthin zu gelangen, war alles andere als einfach. Zwar hatten wir die Wachen in dem Irrgarten aus Straßen und Gässchen abgehängt, lange bevor wir bei Dr. Perrette ankamen, doch der Weg, der vor uns lag, war ziemlich weit und der arme Tom konnte sich kaum noch auf den Füßen halten. Er bettelte darum, sich ausruhen zu dürfen. Nur noch ein kleines Stück, sagte ich dann immer, und gehorsam taumelte er weiter. Aber jeder Schritt war eine Qual für ihn. Er musste sich immer wieder übergeben, sodass sein Magen mittlerweile völlig verkrampft war. Jedes Mal betete ich, er möge nicht zusammenbrechen. Dann, als wir die Throckmorton Street überquerten, waren seine Kräfte aufgebraucht. Tom, flehte ich, Tom, bitte, steh auf, du musst aufstehen. Aber er konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wir waren völlig schutzlos. Ich konnte ihn nicht allein tragen, aber mir war klar, dass sich niemand in unsere Nähe wagen würde. Und wenn jemand auf die Idee kam, die Wachen zu rufen? Sally hatte den rettenden Einfall. Sie sauste hinter einen Häuserblock mit anschließenden Gärten und kehrte mit einem Handkarren zurück. »Fantastisch!« Wir wuchteten Tom auf den Karren und schoben ihn weiter. Ich geriet einen Moment lang in Panik, als wir zwei Männern begegneten, die uns auf der Straße entgegenkamen. Aber es waren keine Soldaten. Als sie Sally und mich sahen, wie wir einen Karren mit einem reglosen Körper vor uns herschoben, machten sie auf dem Absatz kehrt und flohen. Sally und ich konnten jetzt schneller gehen. Wir rannten fast. Endlich landeten wir in der Gasse, nach der ich gesucht hatte. Sie führte zu einem Labyrinth aus hohen Mauern mit Eisenspitzen obendrauf. Sally betrachtete verwirrt die verwinkelten Gassen, aber ich kannte den Weg. »Was ist das hier?« fragte sie. »Dieses Labyrinth schützt einen geheimen Ort,« sagte ich. »Oder zumindest war er früher mal geheim.« Als wir hindurch waren, standen wir vor einem schmiedeeisernen Tor. Dahinter lag ein Garten mit einem Herrenhaus. Mortimer Haus war einmal prächtig gewesen. Jetzt wucherten die einst zu Tierfiguren gestutzten Hecken wild vor sich hin. Der Rasen, früher sorgfältig gepflegt, war in die Höhe geschossen und das Gras war in der Sommerhitze vertrocknet und verbrannt. Mitten im Garten stand ein mit Ranken überwuchertes Mausoleum. Der geheime Gang und die Kammern unter dem Mausoleum waren zerstört und selbst wenn nicht, hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich Tom die Leiter hinunterschaffen sollte. Stattdessen schoben wir ihn auf dem Karren durch die unverschlossene Hintertür in das Herrenhaus. Im Wohnzimmer kippten wir ihn auf eine mitsamtbezogene Ruhe liege neben dem Kamin. Dann sanken wir beide erschöpft zu Boden. Der Staub, den wir dabei aufwirbelten, kratzte in unseren Kehlen und wir mussten husten. Sally quietschte, als etwas über ihre Füße huschte. Ein Kaninchen. Sie waren überall im Haus. Ich sah, wie sie eins nach dem anderen durch die offene Tür nach draußen sprangen. In der Ecke stand eine Lampe, die noch einen Finger breit mit Öl gefüllt war. Ich nahm Zunder und Flintstein und entfachte den Docht. Die Flamme beleuchtete das Ausmaß der Zerstörung. Die meisten Möbel waren an einer Wand aufgestapelt. Über allem anderen lag eine dünne Staubschicht und der Raumroch nach Kreide. Die früher glänzend polierten Bodendielen waren mit großen Placken aus getrockneter Erde verkrustet. Die meisten Fußabdrücke führten aus dem Wohnzimmer zu einem großen Loch im Boden des Eingangsflurs. Eine Leiter führte hinunter in die Dunkelheit. Was ist da unten? fragte Sally. Ich schüttelte den Kopf. Nichts mehr. Tom stöhnte. Ich ging zu ihm. Er warf sich unruhig auf der Liege hin und her, das Hemd klatschnass geschwitzt. Ich hab Durst, Christopher. Bitte, ich hab solchen Durst. Ich schaute zum Kamin. Daneben lag ein hoher, staubiger Stapel mit Holzscheiten. Kannst du ein Feuer machen? fragte ich Sally. Wir müssen ihm das hier geben. Ich zog den Beutel aus Toms Zimmer aus der Scherpe und reichte ihn ihr. Sally löste die Schnüre und schaute hinein. Was ist das? Die Medizin. Sie runzelte die Stirn. Aber ich dachte, Melchior? Ich verstehe es auch nicht, sagte ich. Vielleicht hat Melchior von Tom bekommen, was er wollte und hat sich nun entschlossen, sein Leben zu retten. Oder vielleicht denkt er, er könne Tom nicht sterben lassen, weil Galen und Henry jetzt wissen, dass er ihm die Medizin ursprünglich geben wollte. Wie auch immer, er braucht sie dringend. Also gut, sagte Sally. Wie geben wir sie ihm? Ich hatte ein Fläschchen mit Wasser in der Scherpe, aber das reichte nicht aus. Mach Feuer! Ich schau mich mal um! Früher war dort unten in dem Loch im Boden jede Menge Wasser gewesen. Zusammen mit unzähligen Zutaten, mit denen mein Meister sein geheimes Labor betrieben hatte. Das Feuer des Erzengels hat er alles vernichtet. Buchstäblich alles. Das wenige, was nicht zu Asche zerfallen war, hatten Lord Ashcombs Männer mitgenommen, auf der vergeblichen Suche nach dem geheimen Rezept meines Meisters. Ich ging um das Loch herum und durch die Küche in die Speisekammer, in der ein paar Vorräte vor sich hin schimmelten. Das Dünnbier war verdorben. Daneben stand eine Kiste, halb voll mit Weinflaschen. Ich entkorkte eine davon. Der Wein roch ein wenig säuerlich, aber er würde seinen Zweck erfüllen. Ich nahm die Flasche mit und holte auf dem Weg ins Wohnzimmer noch einen Topf und einen Becher aus der Küche. Sally hatte ein Feuer entfacht. Ich goss Wein in den Kochtopf und stellte ihn auf das Ofengestell. Dann reichte ich Sally den Becher und setzte mich neben Tom, während wir warteten. Ich legte meine Hand auf seine Stirn. Sie war schweißnaß, aber die Haut war kühl. Es fühlte sich nicht so an, als hätte er Fieber. Sally hielt den Beutel hoch. Wie viel davon soll er bekommen? Vermutlich alles. Tom? Er murmelte vor sich hin. Tom, was hat dir Melchior wegen der Medizin gesagt? Tom zog eine Grimasse. Er hat mich gefragt, ob ich wüsste, was drin ist. Und was hast du ihm gesagt? Dass ich es nicht weiß. Dann meinte er, es würde mir bald besser gehen. Er hat mir das Zeug zu trinken gegeben. Ich wollte es nicht trinken, aber er hat mich dazu gezwungen. Er hat es für dich zubereitet? Alle sechs Stunden. Alle? Was? Tom warf sich hin und her. Ich schüttelte ihn sanft. Tom, wie oft war Melchior bei dir zu Hause? Weiß nicht, sagte Tom schleppend. Er kam immer wieder. Um mir die Medizin zu geben. Er kam immer wieder? Gib mir den Beutel, sagte ich zu Sally. Sie reichte ihn mir. Was ist los? Galens Medizin muss man nicht alle sechs Stunden nehmen, sagte ich. Nur ein einziges Mal. Ich schaute in den Beutel. Mein Herz fing an zu rasen. Das hast du getrunken? Fragte ich. Tom antwortete nicht. Ich schüttete den Inhalt des Beutels in meine Handfläche. Es war eine Kräutermischung. Die einzelnen Zutaten waren sorgfältig zerkleinert. Der Geruch nach Minze stieg mir in die Nase. Was machst du da? Fragte Sally. Ich starrte auf die Kräuter. Das ist nicht Galens Medizin. Sally schwieg ein paar Sekunden lang. Woher willst du das wissen? Weil ich gesehen habe, was Galenmeister Aldebons Tochter verabreicht hat. Die Medizin besteht aus einem grauen Pulver. Aber was hat Melchior ihm dann gebracht? Ich schüttete die Mischung aus meiner Hand auf den Boden vor dem Kamin und verteilte sie vorsichtig. Eins nach dem anderen pflückte ich die einzelnen Kräuter heraus, roch an ihnen, kaute sie und spuckte sie dann wieder aus. Die erste Pflanze roch nach Minze, aber auch blumig und hatte einen leicht bitteren Geschmack. Jessop. Die nächste schmeckte erdig, mit einem Hauch rohe Bohnen. Eibischwurzel. Das nächste Kraut schmeckte ebenfalls nach Erde, aber auch ein bisschen nach Süßholz. Andorn. Ich hielt inne. Andorn? Ich hatte Andorn in Melchior's Quartier gefunden. Akribisch durchsuchte ich die Mischung auf dem Boden. Ich war auf etwas ganz Bestimmtes aus. Und ich fand es. Die Stücke waren klein, aber ich erkannte sie. Ich sah die Sprossen und die Blätter. Ich wusste, was es war, aber trotzdem kostete ich davon. Holzig, mit einem leichten Maisgeschmack. Die Säure bitzelte auf meiner Zunge. Dies war die andere Pflanze, die wir in Melchior's Zimmer gefunden hatten. Die Pflanze, die ich nicht kannte. Zieh Tom das Hemd aus, sagte ich. Sally schaute mich verwirrt an. Was? Sein Hemd! Ich stand auf. Wir müssen es ihm ausziehen. Ich zog Tom in eine sitzende Position hoch. Er stöhnte, aber wir schafften es, ihn hochzuwuchten und seinen Oberkörper freizulegen. Im Schein des Feuers untersuchte ich ihn. Seine Brust, sein Rücken, unter den Armen. Nichts. Aber ich musste auch noch tiefer nachschauen. Ich muss seine Hose öffnen. Sally zog die Augenbrauen hoch und drehte sich dann um. Tut mir leid, Tom, sagte ich. Dann fuhr ich mit der Untersuchung fort. Nichts. Wonach suchst du? fragte Sally. Nach den Zeichen. Ich stand auf und fing an, auf- und abzulaufen. Nach den typischen Pestzeichen. Er hat keine. Keinen Ausschlag, keine Schwellungen, keine Beulen, keinen Abszess, keine Blasen. Aber es geht ihm so schlecht. Sie runzelte die Stirn. Wenn Tom so schlimm an der Pest erkrankt ist, dann müssten diese Zeichen doch längst sichtbar sein, oder? Ja. Ich warnte mich an Tom. Tom, als Melchior dir die Medizin gegeben hat, wie hast du dich danach gefühlt? Hm, wie vorher, sagte er. Immer genau wie vorher? Fühlst du dich jetzt so wie heute Morgen? Oder wie gestern Abend? Nein, schlimmer. Ich raufte mir die Haare. Ich war so dumm gewesen. Sally schüttelte den Kopf. Das verstehe ich nicht. Du hast es selbst gesagt, stöhnte ich. Wenn Tom so schwer an der Pest erkrankt ist, sollte er irgendwo an seinem Körper sichtbare Zeichen haben. Hat er aber nicht. Stattdessen wird er durch das, was Melchior ihm verabreicht, immer kränker. Ich holte Tiefluft. Er hat gar nicht die Pest. Vorsichtig zog ich die Sprosse, die ich aus Melchior's Zimmer mitgenommen hatte, aus der Apothekerscherpe unter meinem Hemd. Er wurde vergiftet. Er wurde vergiftet. Das war's.